Tomte und der Fuchs Im Wald lebt der Fuchs. Wenn es Abend wird, kommt er aus seinem Bau. Wo gibt es etwas zu essen für einen hungrigen Fuchs? Er weiß es. Schleiche leise, ganz leise, Mikkel, zu dem Hof, wo die Menschen wohnen. Hell ist es in dieser Nacht. Die Sterne scheinen und der Schnee leuchtet weiß. Schleiche, Mikkel, schleiche leise, ganz leise, damit keiner dich sieht. Wer sollte mich sehen? Gewiss, aus den Fenstern scheint Licht und es sind Menschen in den Stuben. Aber keiner schaut hinaus und sieht einen hungrigen Fuchs durch den Schnee schleichen. Doch, Mikkel, es gibt einen auf dem Hof, der dich sieht. Aber das weißt du nicht. Es ist Tomte, der Nacht für Nacht auf leisen Sohlen umhergeht und wacht. Drinnen im Haus spielen die Kinder. Bald werden sie schlafen. Sie wissen nichts von einem Fuchs und von Tomte draußen im Schnee. Sie sind glücklich, weil heute Weihnachten ist und weil sie einen Weihnachtsbaum haben. Und sie wollen so lange wie möglich spielen, bis sie ins Bett gehen müssen. Der Fuchs huscht hinüber zum Kuhstall. Bestimmt gibt es hier etwas zu fressen für einen hungrigen Fuchs. Schleiche, Mikkel, schleiche leise, damit keiner dich hört. Hier ist es dunkel und hier ist es still. Die Kühe schlafen. Was kümmert eine Kuh sich schon um den Fuchs? Wer macht sich schon etwas aus Mäusen? Da gibt es anderes, was besser schmeckt. Nehmt euch in Acht, ihr Hühner. Jetzt komme ich. Zu Hilfe, der Fuchs kommt! Zu Hilfe, zu Hilfe! Da knirschen die Schritte im Schnee. Die Hühner hören sie und der Fuchs hört sie. Wer schleicht draußen umher? Es ist der alte Tomte, der in der Nacht über diesen Hof wacht. Hast du Angst bekommen, Mikkel? Hast du Tomte vorhin gesehen, als er auf leisen Sohlen zwischen den Häusern umhertappte? Ein alter Tomte weiß, wie hungrig ein Fuchs sein kann. Aber die Hühner von diesem Hof darf niemand stehlen. Verstehst du, Mikkel? Hühner? Sagt der Fuchs. Wer will den Hühner stehlen? Derjenige, der seine hungrige Schnauze eben in den Stall gesteckt hat, sagt Tomte. Solange ich hier bin und über den Hof wache, setzt jedes Huhn sicher und geborgen auf der Stange. Aber ein alter Tomte weiß, dass ein Fuchs sehr hungrig sein kann. Hier hast du Grütze, alter Freund. Jeden Abend stellen die Kinder eine Schüssel mit Grütze auf den Hof. Sie haben Tomte niemals gesehen, aber sie wissen, dass er da ist. Deshalb füllen sie jeden Abend seine Schüssel mit Grütze. Das schmeckt gut. Iss nur, Mikkel. Ich will gern meine Grütze mit dir teilen. Wenn es sein muss, jede Nacht. Aber lass unsere Hühner in Ruhe. Das lässt sich hören, sagt der Fuchs. Vielen Dank für die Einladung. Satt und zufrieden ist der Fuchs. Jetzt geht er nach Hause in den Wald. Wie ist es hell in dieser Nacht? Und wie ist es still in dieser Nacht? Es ist eine Nacht für Füchse und Tomte. Die Menschen schlafen in ihren Stuben. Aber über dem Waldessaum steht schon der Morgenstern. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020